so hey leute heute geht es einmal ein neues video und zwar ich hatte ganz viele leute die mich jetzt auch im stream angeschrieben haben auch unter den videos die auch anfänger sind vielleicht keine anfänger ich habe diese liste gerade auf poliert die gehen wir heute einmal durch hier geht es heute einmal darum wie ihr euren charakter richtig gut gehen könnt und in welcher reihenfolge ihr das auch machen können diese spickzettel könnt ihr für jeden charakter nehmen den ihr habt gerade sehr sehr angenehm für anfänger die werde ich auch immer verlinken diese liste wenn mich anfänger fragen super ich sterbe immer nur was ist da los oder super ich habe irgendwie gar keine offensiv also ich mache keinen schaden was ist da genau los und da gibt es halt sage ich mal im poe natürlich ganz ganz viele sachen da sind bestimmt noch nicht alle hier drin aber hier sind so meiner meinung nach die wichtigsten sachen ich habe die auch nach der reihe strukturiert was sie machen solltet nach den akten sobald ihr dann sage ich mal aktien durch habt kita war getötet habt und dann in eurem hideout steht und wir fangen an mit der nummer eins und zwar einmal stash passives dann geht ihr einfach in den chat da macht ihr mit mit enter chat da macht ihr einmal den schrägstrich und dann macht ihr passives also genau so wie es geschrieben habe und dann könnt ihr nämlich sehen 24 passive fertigkeitspunkte gibt es bei der quest oder gibt es über die quest ich habe 22 weil ich die banditen da habe ich einem geholfen wenn ihr weniger als 22 habt oder 24 und die banditen zum beispiel getötet habt dann seht ihr hier nämlich 1 1 1 1 1 nur bei der letzten quest gibt es nämlich zwei passive punkte nochmal dann könnt ihr nochmal zurückgehen durch die akte und dann die nebenquests abschließen ich habe dafür auch eine tabelle die poste ich euch auch einmal unter dieses video da geht es nochmal um alle talent punkte die es dann in den akten gibt das heißt die auf jeden fall holen dann seid ihr erst mal viel viel stärker könnt viel viel mehr in eurem talent baum dann einmal skillen der zweite punkt alle items mit leben resistenzen alle resis auf mindestens 75 chaos resi wenn machbar auf null prozent dafür geht ihr einfach in euren charakter mit c rein defensive und dann guckt ihr hier einfach in den klammern dürft ihr so ungefähr die 100 erreichen wichtig ist aber auf jeden fall dass hier feuerkälte blitz mindestens auf 75 ist am besten noch ein stückchen höher hier seht ihr den chaos widerstand der ist teilweise am anfang der liga natürlich ein bisschen schwieriger aber wenn ihr sagt zum beispiel ich merke irgendwie bei immer gibt es so verschiedene endgame-bosse die machen teilweise chaos schaden am anfang sage ich mal in den kleineren maps ist es relativ selten dass ihr einen harten chaos schaden bekommt deswegen einmal wisst ihr auf jeden fall bescheid so dann auf jeden fall die resistenzen schön cappen und schön leben drauf ich sag mal so für die ersten tierstufen könnt ihr mit 4000 leben überleben aber ansonsten ich habe jetzt insgesamt bin ich bei 7000 leben mit mind over matter energy shield und so weiter ich glaube bei 7500 leben und ich kann gerade so 12er 13er 14er spielen da kommt es immer so ein bisschen darauf an welchen charakter spielt aber wichtig ist einmal mindestens 5000 leben aufwärts für gelbe maps haben alle flaschen sind wie im guide das heißt dann guckt ihr auf jeden fall in eurem path of building link den habe ich hier einmal offen dann geht ihr einmal hier in items rein und dann stehen hier eure ganze sachen drin eure flaschen wichtig ist einmal die einzigartigen flaschen müsst ihr am anfang nicht unbedingt haben manchmal stehen hier auch dann verschiedene andere zur auswahl wichtig ist aber folgendes und zwar die meisten flaschen brauchen einmal zum beispiel curse remove das heißt flüche sollen entfernt werden hier wird blutungs immunität und es gibt zum beispiel auch noch dass sie nicht mehr eingefroren werden können das nächste alles hier auf den flaschen und dann gibt es ja diesen einen trick da kommt auf jeden fall bei mir noch ein video mit einhaar und dem bestarium und zwar geht ihr jetzt einmal hier also in die menagerie rein auf dem wegpunkt menagerie und zwar so und ja 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 ist ja gut hier geht es einmal darum dass ihr hier in die menagerie zu reisen und dann könnt ihr da reingehen und dort dann im blutalltag könnt ihr dann einmal gegen die menagerie fischer kämpfen dann könnt ihr nämlich auf euren flaschen zum beispiel hier hitze löschung stillung erdung und zwar stillung ist einmal das bluten entfernt wird das könnt ihr einfach mit diesen braucht ihr einfach nur gelbe kreaturen die relativ einfach zu finden sind deswegen auf jeden fall wichtig flaschen sind extrem wichtig gerade was defensive angeht die meisten leute ihr werdet einen haus hohen unterschied merken wenn ihr die flaschen richtig habt so dann alle gem set ups genauso wie im guide da guckt ihr auf jeden fall einfach nur noch die gem an sind alle gem in der richtigen verlinkung sind die von der stufe her die richtigen stufe und natürlich dann kommt irgendwann auch qualität auf die gemmen qualität muss man halt immer gucken ob man qualität braucht hier kann man das eigentlich immer ganz schön sehen der hat immer 20 qualität außer hier bei inspiration da hat er null qualität das heißt bei den meisten sagen die das schon ansonsten macht ihr folgendes dankeschön sidios für deinen tipp und zwar geht ihr dann einfach mit alt auf den also ihr geht auf den gem hier herrott des eises dann geht ihr hier mit alt drauf und dann sagt ihr stärkung gewährt 15 prozent erhöhten kälte schaden dann sagt ihr auf jeden fall will ich das haben auf jeden fall deswegen dann wollen wir definitiv qualität haben qualität wie man das drauf macht habe ich auch noch im video gemacht aber vielleicht wisst ihr das schon da will ich jetzt aber erstmal nicht so ganz genau darauf eingehen da könnt ihr gerne auch ins stream zu mir kommen ansonsten die wichtigsten einzigartigen gegenstände habt ihr die wenn nicht nach und nach kaufen ich gehe immer ich mache mir meinem kopf so eine liste in meine top drei items die ich unbedingt brauche die mein bild definieren und dann kaufe ich die nach der reihe kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an was das günstigste ist wenn das eine nur zwei chaos kostet dann kaufe ich mir das sofort wenn das andere 20 chaos kostet so kann man auf jeden fall schneller mehr schaden und mehr defensiv erreichen ein fünf link ist extrem wichtig zumindest in eurem damage setup das heißt ich bin zum beispiel momentan wahl eis nova und da wollen wir auf jeden fall einmal mindestens fünf link haben der sechs link ist unterschätzen die meisten das sind ungefähr meistens so 30 prozent mehr damage das heißt das merkt die extrem wenn ihr ein fünf link oder sechs link habt nur ist es natürlich sehr sehr teuer deswegen erstmal fünf link erstmal die solide bank und dann am besten dann nach und nach wenn ihr dann mehr currency generiert hat dann auf den sechs link gehen genau die ersten drei labyrinthe unterschätzen auch viele leute auf jeden fall erstmal die ersten drei labyrinthe holen das überlabyrinth das kann man meistens erst machen wenn man wirklich einen sehr soliden charakter hat das heißt das trifft für die meisten charaktere dann weniger zu dass die aszendenz ist aber einfach von dem charakter her hebt euren charakter auf ein komplett neues level deswegen definitiv die labyrinthe machen wenn ihr die nicht ganz schafft dann auf jeden fall gucken woran liegt es es gibt im labyrinth gibt es sehr viel die fallen die machen physischen schaden das heißt theoretisch könnt ihr euch dann einfach mal eine basaltflasche oder eine granitflasche mit reinnehmen auf jeden fall eine flasche mit blutungsimmunität wenn ihr durch die dings lauft und guckt euch auf jeden fall auch an ihr könnt nämlich den izaro könnt ihr auch nicht buffen also wenn ihr den buff wird er von runde zu runde stärker ihr könnt aber auch den buff wegnehmen wie man das ganz genau macht ist meistens halt wenn diese dinger die an der seite hochfahren die muss man irgendwie bekämpfen bevor man ihn tötet meistens zumindest das ist so ein bisschen die grobe richtung woran ihr euch orientieren könnt wenn ihr sagt ich möchte da jetzt nicht zu lange zeit damit verschwenden sechslink auf jeden fall und dann geht es direkt schon ans endgame also wenn ihr das alles gemacht habt dann habt ihr auf jeden fall schon soliden charakter und dann geht es einfach ans endgame setup penetration auf amulett plus ein scammen auf waffe endgame waffe kaufen die noch mal vielleicht ein zwei drei erhabenes werden kostet und resistenzen für gegner zum beispiel auf dem helm können wir minus kälte resistenzen der gegner haben oder handschuhe die mehr kälte schaden machen und so weiter oder noch mal eine bessere waffe ansonsten gibt es dann noch ammo in neunten das bedeutet einfach dass wir uns hier zum beispiel ich brauche ich glaube wir brauchen hier atem des nicht blitz sondern was haben wir hier genau herz aus eis erhöhter kälte schaden schaden durchdringend kälte widerstand und werden als energieschild geraubt das bedeutet diese kann ich mir erneunten das mache ich mit den ölen und wenn ihr als drückt auf herz auf eis dann seht ihr hier welche öle ihr benötigt ja das heißt diese drei öle die sind schon relativ teuer das rainbow das goldene und das crimson oil und diese drei muss ich dann einmal bei der wie heißt die olle bei der kast ja dann hier reinlegen und dann kann ich hier meinen mein amulett reinlegen dann lege ich hier und die drei öle rein und dann bekommt das oben noch mal so ein start dazu und das ist natürlich super super stark wenn ihr das dann auch zusätzlich einfach kostenlos auf euer amulett macht wichtig auch zu wissen am besten auf dem amulett machen was ihr dann auch letztendlich tragen wollt wenn ihr das auf so ein schrott ding macht was ihr dann eh gleich wieder auswechselt dann habt ihr natürlich extrem viel currency verschwendet so so viel erstmal dazu da gibt es offensive defensive dann muss es nicht unbedingt der sein wenn ihr zb sagt oh ich sterbe die ganze zeit lohnt es sich vielleicht auch irgendwie sowas zu machen sowas drauf zu machen ist natürlich ziemlich teuer aber da könnt ihr aber auch sehen ob ihr defensiv oder offensiv irgendwas drauf schmeißt es gibt auch relativ günstige sachen zb einfach mit ein bisschen geschickt drauf oder so wenn ihr mainstatt nicht voll bekommt und ihr keine kohle habt mehr für irgendwelche items zu erneuern dann könnt ihr euch einfach mal so eine geschick kostet halt wirklich nicht viel okay leute das war es erstmal das war so ein kleiner guide einfach wie kann man mehr defensive offensive bei den charakteren bekommen das sind 13 punkte es gibt natürlich nur mehr schreibt es gerne unten in die kommentare wenn euch noch was einfällt ansonsten heute viel spaß mit euren charakteren und viel spaß weiterhin in der ultimatum liga